Lange war es da. Doch plötzlich war es weg. Keiner glaubte an seine Rückkehr. Doch jetzt wissen wir. Es wird wiederkommen. Keiner weiß wann. Aber jeder weiß wo. Und wenn es kommt, wird es dich umhauen. Das ist ein Knaller. Ein absoluter Knaller. Es kommt zurück und es hat große Pläne. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es wird dich zum Lachen und zum Weinen bringen. Es wird dich träumen. Staunen. Und nachdenken lassen. Wollen wir uns trennen? Nö. Es wird dich beflügeln. Toll. Es wird dich verwöhnen. Ah ja. Es wird dich bewegen. Super. Denn sein einziges Ziel ist, zu spielen. Das ist auch niemals legal. Legal, illegal. Scheißegal, Herr Poschke. Ist das nicht so? Es wird dich lieben. Und wenn es wiederkommen darf, wird es dich die ganze Scheiße vergessen lassen. Es kommt zurück. Bravo! Vielleicht im Mai, Juli, Juli, August, September. Ich bin skeptisch. Auf jeden Fall bald. Was mache ich überhaupt noch hier? So groß, so gigantisch, dass dir die Spucke weg bleibt. Was in dieser Zeit ja sehr wichtig ist. Das Kino. Jetzt sind die Kinder so geduldig gewesen, als haben sie sich die Geschenke wirklich verdient. Demnächst im Kino.